Okay, Demon's Souls geht weiter, nachdem ich gestern so verzweifelt bin. Du ziehst du, dass ich mich drüber angestellt habe? Heute muss der Tower Knight fallen. So, jetzt holen wir mal, schauen wir, ob der Soul Error irgendetwas kann. Komm. Ah, es ist nicht. Oh. Wer zieht die. Okay. Okay. Na, ist ein Blödsinn. Egal. 84 Seelen. Oh, habe ich eigentlich gestern meine Seelen verloren? War es das zufällig noch wer? Ja. Ja. Ich bin hier, oder? Was ist das? Oh, oh. Ja, ja. Das werde ich nicht übernehmen, aber ich kriege bei wenigstens ein paar Altsams. Okay. Okay, schlechter Start. Mittlerer Start. Ich glaube, ganz am Schluss habe ich meine Seelen verloren, oder? Nein, ich weiß es nicht mehr. Ich muss, glaube ich, auch auf die Wörthänden sie aufpassen. Allerdings weiß ich nicht, wie die Wörthänden sie funktioniert. Ich glaube, wenn ich stirb, wird sie dunkler. Wird es dunkler? Noch immer nix aufgefallen. Die verkohlten Leichen. Ich glaube, die gehen auch. Das ist so das Broken Sword. Das ist so, dass wir wirklich finden nix. Schon voran stehen können? Ne, gar. Droppt irgendjemand was? Nein. Okay. Ganz gut gegangen ohne Anvisieren. Ich glaube, dass es ohne Anvisieren deswegen besser ist. Das sieht dann aus. Bei den 3, die später noch kommen, probieren. Ich glaube, dass es deswegen besser ist. Nein. Schießt hier. Nice. Kann ich wirklich schon fort entbogen? Nach vor Ort bist du ja schon wieder wo du ahn wirst. Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe, das war kein Fehler. Auf dem ersten Break wirkt es wie ein Fehler. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Es ist nicht mehr. Nein. Nein. Es ist nicht mehr. Ach Gott. Okay. Wiegen die Bolz eigentlich was? Gar nicht wenig sogar. Und Heavy Arrows. Okay. Okay. In your face. Half moon grass. Okay. Das coole ist, auf dem Weg zum Tower Knight. Farms fanden wenigstens endlich. Half Dinger. Ich hätte mich heilen sollen. Und Seelen. Ich glaube, der lebt noch. Der lebt auch noch. Der Treffer hat wehgetan. Ach come on. Und da drüben sind die Scharfschützen. Der lebt jetzt nicht mehr. Die sind die ersten beiden überlebt. Das ist die andere, die wehgetan. Die Saison solltage sein. Der eine, der mit dem Schreck. Der ist die letzte Waffe. Die ganze Waffe erfolgt, der ein bisschen. Und das ist das dieỉnhai-tante an. Das ist das die Schmack. Uh oh. Okay, I almost gave that chance. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Na, am Ende daraus kann man wohl bleiben. Okay. Das ist der Speer. Oh, shit. Zu gierig gewesen. Nichts besser. Ja. 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 Unentschlossen Sperr Okay So gierig Au Oh shit, steh auf! Fuck! Okay Ich muss was testen Ist das ein bisschen schneller? Mir kommt es vor, dass es ein bisschen schneller Da Entschuldigung auf dem Seelen-On-The-Line Mich nervt das mal hier Kann ich hier vielleicht sogar durchlaufen? Soll ich mal die Seelen wieder verlieren? Soll ich mal die Seelen wieder verlieren? Wieso warte ich nur, ob hier irgendwas getroppt wird? Oh nötig Was ist das? Ja, das ist das Wieso? Jetzt schauen wir mal ein paar mit zwei. Okay Dropst du was? Nein Hm, ob das Peilen dabei sind? Ah, mein Zeichen ist noch da, okay Ist das Gutes gegen den? Tower Knight Oh, oh Beide getriggert Nicht gut Ach Gott Beide getriggert Scheiße, ich Idiot Ich muss den Bogen schützen, wenn er nach hinten darf, muss ich den vielleicht aber ignorieren Und schon wieder ein Haufen Fäden weg So, und hier probieren wir jetzt einfach mal durchlaufen wie am Anfang, haben wir gesagt Kann 50 ausgehen? Ah, zu knapp Kann man einen Drachidrachenmeister Droppt hier noch ein paar? Ja Entschuldigung, Manns Und jetzt stelle ich mich hoffentlich nicht zu blöd an beim Bogenschützen Armbrustschützen Und schon blöd angestellt Ah, er ist schlimmer gegangen Was macht der Soldier Lotus? Stops bleeding, okay Gibt's die Drop Attack eigentlich in Demon's Soldier? Nein Nein Warte, ich hab's gerade versaut Das könnte ja vielleicht sein Trottst du was? Nein Nicht getraut Come on, Drache Warte, ich hab's gerade 52 Schaden gemacht Hm Shit Ah, ich hab gehofft, ich krieg den Backstop Oh mein Gott Okay Okay, also der läuft wirklich so hin, dass der hintere schon getriggert wird Alles klar Alles klar Ich mach dem jetzt mehr Schaden Oder? Nein Nein, Blödsinn Will nicht mehr Nein Okay, richtig dumm angestellt Was kriege ich von dem? Half Moon Grass Das benutzen wir doch gleich Das benutzen wir doch gleich Den Lizard oben habe ich hier schon Ja, dann geht's wieder Und den Bossy Boss Zum x-ten Mal Aber heute fällt er Let's march free off game, ich weiß Let's march free off game, ich weiß Let's march free off game, ich weiß Okay Nee, ich hab das noch nicht raus Also wenn ich weiter weg bin Mach ich mehr Schaden Ist das noch nicht rauskommst, wenn ich sie rauskomme Ich hab's mit dem Ich bin immer wieder hin Ich bin immer wieder drunter Lochen, ich bin immer wieder Ich hab jetzt nicht vergessen wie viele überlebt haben, zwei glaube ich, oder? Das war's. Oh Gott, das war ich. Das war ich. Come on. Shit. Oh. Nichts an das. Oh, ich werde nicht so etwas weg. Aber ein Schlag ist schon wieder. Ich will ein bisschen rauslocken da, weil ich dann zumindest nach hinten wegrollen könnte. Oh, ich werde Stamina. Ich werde Stamina. Ich werde Stamina. Ich habe mich erwischt. Oh, shit. Muss ich eigentlich beide? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war fuccing knapp WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Musik zu Musik oh 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 blind oh 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 Das war's für heute. Ich bin so nah an der Stiege. Uh oh. Ich bin so angespannt. 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 Und der scale sowieso nur mit Strength. Vielleicht gehört mal beide. Ich bin so angespannt. Ich bin so angespannt. Ich bin so angespannt. Dann kann ich irgendwas upgraden. Die hier, oder? Okay. Okay. Das wäre 88. Jetzt was zum überlegen. Nein. Also doch. Ich würde gerade upgraden. Erst beginnen. Und das... Fucking... Schwierig wäre. So, jetzt schon. Okay. Endurance will ich. Strength will ich. Vitality braucht uns sowieso immer. The world might be mended. So, the world might be mended. Ich kann ja richtig das eben drauf fahren. Eins nach Luck. Und das für Item Discovery war das schon ganz cool. Wieso tut Item Burnen? Achso, je mehr Vitality hab, desto schwieriger. Okay. Ich muss Levern. Ich muss Levern. Ich bin hier und der... Ach, ich weiß es nicht. Ich kann bei dem ja auch keine Hardstone Shards kaufen. Wenn ich das kannte, dann würde ich sofort. Wenn ich das kannte, dann würde ich sofort. Ja, die Fresse. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, das was ich sicher. Ja, die Fresse sind mal da. Und jetzt haben sie uns hier in Nexus vor, in der Angst vorgebracht zu übernehmen, zu decken. Deine Fehler ist. Es ist alles ein Traur, wenn man sich fragen. Was ist das? Ich versteh nicht was er mir sagen will Okay, geht der Hollow ums dem Tagshaus Slang zu sagen Mal schauen ob wieder neue Leute da sind Die sind ja noch da Umbassa, was auch immer das heißt Ist das das Demon Soul Shepraze the Sun? Try flanking Check er nicht So Now I don't seek the power cup and can clear it Okay, hier ist mein Neues Okay, das ist sogar nicht mal schlecht Sheet of water raises fire assistance, danke Okay Okay Uh, da sind wir noch da rum Was hat er eigentlich für seine Giftwarekonsum Oh, den Tower Knight habe ich gerade gekillt Maybe Aber ich zweifle Es würde nicht zu Dark Souls bzw. Demon Souls passen Jetzt reden wir mit dem letzten Dings noch Vielleicht falle ich wieder runter und habe meine Humanity gleich verloren bevor ich überhaupt wieder weitergehe weitergehe Das ist ja so typisch wenn ich da jetzt wieder rum Das ist der Nighttime Da ist ein Nighttime Da ist ein Nighttime Ich falle sicher runter Ich falle sicher runter Ich falle sicher runter Ich falle sicher runter Das mache ich wenn ich mal hier bin Ohne am Leben zu sein Ah, hier. Okay, das hast du gerade im letzten Mal schon gesagt. Fuck, es ist mich gerade ärgert, dass ich dieses eine Item vorher nicht schon gesehen habe. Ich werde sicher sterben irgendwann mal und dann hole ich es mir. Liegt da noch ein Item? Ne, das war es nicht. Eines habe ich ja da schon geholt mit dem Runterhüpfen. Da liegt das gleiche andere, was ich schon gesehen habe. Okay, ich tue jetzt einfach Upgraden. Das kann nicht schön, kann ich es noch weiter Upgraden? Ich kann es sogar noch weiter. Ich könnte sogar Feuer machen. Das Feuer, na, was wird das? Downgraden. Okay. Was? Du hast zwei Hearthstone und... Okay. Arrows kann ich mir kaufen. Gibt es noch? Was ist denn irgendein absoluter Blödsinn ist? War das schlau? Ich weiß es nicht. Okay. So, den war jetzt kein Farmer und den war jetzt auch nicht mehr. So, jetzt könnte ich... ...schauen wegen Rüstung. Vielleicht kriege ich einen Rüst. Gefit kennt das, aber ich glaube, das kann ich nicht verwenden, aber ich probiere es. Was tut der? Ancient Sapphire Ring that Conceals the Bears Prime. Ja, das brauchen wir nicht, haben wir gesagt. Ah, das ist Stop and Turn Langle. Raises Item Carry Capacity. Das ist ganz wichtig, ja. Soft Ring, Bearing a Bright Red Seal. Increases Resistance Bleeding. Eben, wenn nicht. Increases Resistance to Bleeding. Das ist nochmal weg. Okay. Wieso kann ich das ja nicht verwenden? Steht es in der Beschreibung? Ist das keine Beschreibung? Ne, das ist, das ist zu schwer alles. Ist auch zu schwer. Ich kann nichts Gscherzes daran verwenden. Okay, okay. Alles wieder. Ist zu schwer, haben wir gesagt. Jo, also weiterhin nackt. Mehr oder weniger. Wie viele Seelen brauche ich? 1660, okay. Yes, you shall. In a world. Wenn ich da rausgehe. Vielleicht kann ich einem helfen. Und so ein bisschen Seelen einsammeln. Nein! Das war's für heute. Das ist das Schwert, liegt das jetzt hier irgendwo? Das find ich nie. Kann ich denn nur eins machen? Oh! Oh! Okay! Okay! Liegt da, liegt das. Also es liegt noch da. Ist das andere auch noch da liegen? Ist die Tür vielleicht offen, wenn ich lebendig bin? Nee. Hey! Den hab ich doch schon gekillt. Hm, komisch. Da wär's nur noch mehr gegeben. Soulja Lotus. Nice. Ich will jetzt nicht dumm beim Farmen sterben, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, ob ich die da drüben angreifen soll. Ach ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich will. Wieso kann ich den nicht verwenden? muss ich da echt tot unter Anführungszeichen sein Hallo, oder Foggy? Wie heißt der Staat aus den Demons-Sales? Huh? Wieso ist der weg? Okay, ich setze das mal auf. Die Item-Discovery, wenn man farmen will, ist wichtig. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der ehemals Luck gescaled hat. Hey, komm, das ist doch... Das ist nicht mal mehr zweideutig. Wie viel habe ich? 1080, wie viel brauche ich zum Levelaufstieg? 1883. Ich glaube, das ist eigentlich da wieder so ein Run, diese zwei Dicken. Plus... Ich finde, das ist geil, wie das alles wegfliegt. Die bringen 400. Hat der Pfeil gerade einen Bogen gemacht? Aber die Seelen hatte ich mit dem Raden. Hat nicht jemand das gedroppt? Soldier Lotus? Habe ich einen Pfeil im Kopf? Nein. Kann man nicht da hergehen? Geht mir jetzt wieder drüben. Nee, gibt mir nichts. Finde ich richtig traurig. Jetzt könnte ich hier nochmal... Geht es hier anderswo weiter? Schauen wir mal die Arena mal, die Tower Night Arena. Das ist schon ein cooles Design, finde ich. Und klar, europäisch, das Mittelalter... Hier ist etwas inspiriert. Banner... War die vorher auch schon da? Sind das vier Ritter, die da stehen, zum Beispiel? Sind das die Knights, von denen der geredet hat? Doch der blaue, deprimierte Knight jetzt eigentlich irgendwo auf und will mich killen. So wie es in Dark Souls oft ist. Was mache ich? Take a picture in the castle, was? Okay. Ich frage mich, ob er da überall hinkommt. Muss ich kurz kratzen. Schnell auf das Highlightern. Sind das die gleichen Ritter, die gegenüberstehen eigentlich? Okay, da drüben. Awesome, wir sehen uns. Cool, cool, cool. Ich hör schon wo die Hunde. Ich hatte mit dem Pröken, die Hunde. Okay, noch einmal in Labyrinth, dann weiter ein Stück. Heute leider nicht so viel Zeit. Ich meine, ich habe gestern auch nur eineinhalb Stunden, ein, dreiviertel Stunden gespielt. Hätte ich auch nicht viel Zeit. Wo steht sie? Da. Das, dass man wieder mehr tragen kann, dass man bald mal eine Rüstung tragen kann, dass die jetzt ein bisschen stärker werden. Oder das. Ich glaube, das, dass ich vielleicht eine bessere Waffe tragen kann. Wieso habe ich die eine abgegradert? Da ist es nicht genau. Das ist doch wirklich schon nicht bei zwei Tagen. Ich kann mir gar nichts leisten mit dem, außer Pfeile. Einen? Da brauche ich mir einen Pfeil. Ich mag mich nur wegen meinem Business. Aber ich bin richtig traurig. Also, das war echt die beste Entscheidung. von Dark Souls. Dass das nicht mehr zum Gewicht zählt. Was tut der eigentlich? Ein Crystal Unfilled by Souls. Chances are called fang on the nature of nearby souls. Okay. Habe ich noch nie benutzt. Das ist das Ding, was da vorne oben hängt. Okay. Ich kann nicht farmen, ich kann nicht auch Highlighten suchen. A thick colorless power calls it back on it also has slain an Archdemon may pass beyond this point. Äh, okay. Ich habe keinen Archdemon. Oh, okay. Okay. Das heißt, hier geht es erstmal nicht weiter. Archdemon of the Taranide in Saturitarius. Ich überlege gerade, ob die Tore klug sind oder vermutlich nicht. Ja doch, genau das. Da links ist einer, da rechts ist einer. Da rechts schon getriggert, okay. Okay. Wirklich, fang einem. Okay. Oh, Gott. Nervig. Okay. Ich scherze dem einen Rotauge. Und das ist einer, der den Anblick dann nach unten hat. Ob der jetzt irgendwie offen ist. Obwohl das gar keinen Sinn macht, wenn der jetzt offen wäre. Nee, leider. Leider neun. Boah, Gott. Ich habe mir mal, wenn er drüber geht, hebt er den Kopf. Oh, Gott. Ah, wenn hier einer mit Bomben wäre, das wär's, da kommst du mal nie rauf. Okay. Ich weiß auch nicht, wie klug das ist, also wenn ich normalerweise jetzt bei den Dark Souls wäre es jetzt so, dass jetzt Schießpulver auf mir oben wär und ich bei einem kleinsten Feuerding tot wär. Okay. Hier ist doch... Okay, Leid ist leicht zerbrochen. Ein Speertyp. Der Pfeil macht doch einen Bogen. Okay. Einen Crescenten gilt. Aber man kann maximal 50 haben. Was hast du denn nämlich an? 2 1 2 2 1 2 1 1 Hm, auch egal. Okay, weg. Okay, es tut dem gar nichts. Ich laufe da weiter zurück, dass ich für das Seelen wieder einsammeln nicht so weit gehen muss. So viel zum Thema Selbstvertrauen. Hier? Oder hier? Da ist ein bisschen mehr Platz. Okay. Der ist immer noch fucking tough. Okay, gegen den muss ich ganz vorsichtig sein. One hit at a time. Okay, gegen den muss ich vor. A moon, half moon, grass farmen, nachdem ich gegen den gekämpft habe. Okay. Shit. Was ist das? Was ist das? Nein! Okay Wie oft helft auf, dass ich einen beteil? Nein Ich hoffe, der respawnt nicht mehr, obwohl dann könnte man Full Moon Grass zu einem späteren Zeitpunkt farmen hier Uh, 2600 Nice, schaut mir wieder aus wie ein Level, oder? Jupp Beware of Royalty ahead, oder? Oh, oder? Oh, no Soldier Hero It appears to be locked, okay Oh Hier kommt man rauf, oder? Hier sieht man sogar einen Gegner stehen Hier startet man Ist man schon durchgekommen Dann geht's hier Ah, stimmt, da war ja auch ein Loch, weil hier sich... Ach so Wenn ich wieder mal Seelen verliere, muss ich hier weiter exploren Hier war ja das Loch am Anfang Ich hab's schon, aber ich bin mir nicht sicher Ja Also hier durchgezweitert und hier entlang Hier unten Hier unten entlang, rüber Das ist jetzt so mittig ist, da geht dann der Durchgang Dann geht man irgendwie da hinten vorbei Und kommt auf der anderen Seite von diesem Turm beim anderen Turm raus Für die Phalanx Man kann jetzt hier nicht runterfallen Wo ist die Treppe da? Der ist ein Shortcut, der hier, der euch wahr ist Das wird lustiger, wenn ich da jetzt runterfallen werde Das ist typisch Time for slashing Ja, das haben wir schon, die zwei Hat das dunkeln gelegen? Nee Nee Danke Okay, dann einen killen wir aber noch, oder? Für die Missbrauchge... Wiem wir jetzt 2699, das möchte ich zählen Wie viel trinkt der mehr? Neun Nehmen wir eine Feuerbomb Ich nehme jetzt was Strength Leveln, damit ich diese kleinen Mobs One-Shot in Zukunft Sie steht da Ich kauf die Pfeile Okay 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 Das haben wir schon Ich kauf die Pfeile Ich kauf die Pfeile Weil ich Vermutlich Vermute ich mal Jetzt irgendwann Den Bogen beginnen werde Benutzen Mal schauen Was brauche ich... Okay, 18 Hey, ich kann den schon benutzen 18 Strength für euch Und 10 Decks habe ich auch Dexterity Könnt ihr benutzen Wie viel wiegt der? Eins Aber gar nicht so wild Achso, das benutze ich Oder nehme ich mal Bold, wooden board, heavy error, error Nehmen wir auch Okay Okay Ich habe noch nicht 50% Ich habe noch nicht 50% Long ago The efforts of the Hard-headed Boros Allowed Boletaria Soldiers To carry out their work But now Disposed of their souls They have no thoughts Of their own And work in silence Tirelessly Without purpose Okay Okay Was steht hier eigentlich A huge stone castle in the heart of the Morphin Kingdom of Boletaria Hungry soldiers Hungry soldiers attack trespassers The soul stolen by demons While nearby terrible dragons have taken roost Oh Genau Dragon Drachen Horst muss ich auch noch Los Arched Tower of Latria Latria Land of the queen's ivory tower Vengeful old man claimed the queen's life and imprisoned any remaining royalty The prison echoes with the resentful cries of its inmates tormented by their inhuman guards Okay Okay I have forgotten what this is What is the giants Okay What is this Shrine of storms The island Shrine of the shadow men who worship storms and mourn the dead Since the appearance of the flying storm beasts the souls of the dead Have been lured into the island by its demons where they are revived by finding perches Perches in the bosom of uninhabited skeletons What Okay Okay Ich hab einfach nur vergessen Und nicht verstanden Okay Valley of defilement This humid valley is a heaven for used and forgotten Its inhabitants afflicted by poison plague await their deaths in this forsaken place Attacking those who wander in hoping to offer the source to the one woman who showed them compassion Who doesn't The Archion of the chieftain Archion of the shadow man Arsion of the shadow of the queen Okay The digger king The digger king The kovatas king Okay Okay Probier mal das Schnupfern mal rein Eigentlich sollte ich überall mal reinschnuppern Ich frage ich seh ich die anderen und das andere gibt wie Man hört Man hört Man hört Da ist schon Dullfrag Ist das ein Gegner? We'll find the heart stone past here Danke Das ist kein Gegner Das ist kein Gegner Hehehehe Hello there Souls 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 I trade fine goods for souls Oh und ich hab keine Seelen mehr Was verkauft du so einen Crescent Ah der verkauft Hearthstone Schau Gut Schau was dann schau Pickaxe Elixir recovers stamina faster temperatur Cool 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 Schau Our little town Oh ho ho It's a nice wee place All those lizard eyed townsfolk Are busy tinkering with stone And don't bother with old folk like me Makes life rather easy for me I can get away with anything Hehehehe I always knew there was a god Schon ein bisschen ausgehungert aus Thanks for looking out for me Bin immer da für dich Oh Oh Have you heard about sparkling lizards Not easy to catch But they've got some fine stones And I know where one of their nests is Oh I'm sorry I can't give it away Hehehehe Hehehehe In betrieb is Also ein shortcut Steht hier Look for corpse Uh Das ist ein explodierender barrels Kann man da runter? Nee Da fahre ich nicht nochmal rein Time for falling down Time for falling down Da fahre ich nicht nochmal rein Up four Nee Okay, das hat er gemeint Unknown Hero Sword Okay Dann geht's eh nur hier weiter Ey, wieso sind da Blutblöcken jetzt? Ehrlich? Oh For reals? Einfach zurücklaufen, oder? Sticky white slime Okay Wieso vibriert der Controller? Ein bisschen Schaut mir auch aus wie ein Lift Over here Danke Mal die Gegend anschauen Oh Schaut schon cool aus wieder Die Minen da in den Bergen Die Lift da Richtig nice eigentlich Da ist doch mal einer Da ist doch mal einer Da ist doch mal einer Da ist doch noch einer Tut der mir was? Checkt der überhaupt dass ich da bin? Oh oh Die hätte ich vielleicht in Ruhe lassen sein Die hätte ich vielleicht in Ruhe lassen sein Die bringen ja noch fast keine Seelen, das bringt gar nichts Christab Okay 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 Da zahlt sich dann vielleicht der Ringer aus der Stealth Ring Okay Okay Das sind viele Dann mal rein schnappern überall Spielen wir mal die Das ist das Vikings Spiel Das ist schön am Demon Sword bzw. Dark Souls Man muss nicht gleich den Einen Weg gehen Es gibt viele Wege Leider kann ich von hier nur in den Nexus Das wäre halt auch cool wenn ich hier von gleich die anderen Welten könnte Was ist denn der Nexus so dunkel am Anfang? Was hat mit der Welttendensie zu tun? Sehe ich die hier? Yes Okay Wenn ich mir das so anschaue, ist die erste Welt heller als die anderen vier Tower Queen Was bietest du mir? Tower Queen Ich muss das Angst spielen Okay, Blitze, nice Hier ist mal kein Blutfleck, hier laufe ich mal zuerst entlang Das ist ein Falter Sessel, das ist ein Falter Sessel Hat es solche wirklich gegeben? Ist eben mit dem das gemacht worden? It appears to be locked, fuck it Ist das klug eigentlich? Magicians, oh oh, Magicians sind immer in pain in the ass Mehr solche Sessel, vielleicht Beware of beginners Wenn ich die aufmach Die machen das doch nur schwieriger Jetzt müssen wir es dabei sein Auch wenn wir die Das klug sind Das ist eine Gedankene Finds mich, oder? Das ist schon mal forам Ich bin da 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 Euer Ich bin da Ich bin da Ich bin da Ich bin da Holy shit! Okay. Auch hier reingeschnuppert? Ich weiß, das ist gut lächerlich. Ich muss eigentlich bald aufhören. Aus privaten Gründen. Deswegen will ich jetzt mal ein Übel nur noch reinschnuppern. Ach Gott, da bin ich schon. Ja, zumindest ist das das nächste, was man sagen kann, ans Bonfire Lagerfeuer ersetzen. Huh, wie ist was jetzt so rum? Der ist kaputt. Die Shadow Man. Ob das so Geister sind wie ein... New Lander? Okay, ist da... Ar... 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 р... Ar... 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 Arvan... Vom Gefühl her ist das der nächste Schritt. Die sind jetzt nicht sooo schwer, die Skeletter. Der Magier hat mir ein bisschen mehr zugesetzt. Und die Miner? Ich dachte, dass ich so viel aushalte und ich eigentlich fast keine Magie habe. Okay, jetzt muss ich mich nochmal heilen. Ich glaube nicht, dass der mich heilen lässt. Okay, von meinem Gefühl her werde ich hier als nächstes hingehen. Das ist die letzte Arkstone, glaube ich. Was tut der Nobellotus? Das muss man da runterhupfen, weil runterhupfen ist nichts. Okay, darfst du drücken jetzt weiter? Okay. Okay, gib mir ein Bright Town Feeling. Komm ich da rauf? Nein! Okay, dann muss ich hier weiter. So. Jetzt ist das blaue Zeichen wieder weg. Okay. Kann ich eigentlich hier mein Zeichen legen? Okay, ich habe mich entschieden, nächstes Mal zu den Skeletten. Nächstes Mal habe ich sicher vergessen, welcher der Steine die Skelette sind. Das ist ja sehr fies. Da sieht man aber eigentlich, dass man rauf gehen muss. Ist das immer so dunkel, wenn man da rein geht? Wenn sie da sitzt und wartet. Wie viel brauche ich für das nächste Level? 2353. Oh, die farme ich noch. Und ein bisschen... Half Moon. Grass. Ja, ich dazu. Ups. Wauw. Wauw. No Q-Done. Hat er gerade auf mich geschossen? Als hat er mich umgedreht. Wie viel brauche ich jetzt? 2353. Das ist doch erledigt. Ich muss das hier. Ich muss ihn wieder oben machen. Vielleicht ist er auch wieder da. Ist er auch wieder da. Okay. Aber der wird nicht ewig hier spawnen oder so. So. Ich habe 24 Sehnen zu wenig. Ich mache mir noch einen Run. Wauw. 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 Ich habe was gierig. Auch sorry. bin ich wirklich gerade gestorben okay ist die Welt jetzt dunkler? das hatte ich eigentlich genug ich will mich riechen an dem night shield okay es wiegt mehr ein guard break ist ein bisschen besser aber es wiegt einfach so viel mehr dass ich das überhaupt nicht auszahlt so 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 den hier. Ich mach noch einen Run, dass ich das andere auch noch auflösen kann. Okay, ich will jetzt gerade ein langweiliges Farmen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt aufgeladert habe. Rüstung, äh, Strength, oder? 2600, wie gesagt. Late Moon Grass, was macht das Late Moon Grass? Okay, waren das die ersten zwei? Nee. Okay. 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 Niemand was gedroppt. Okay. 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 so genügt und ich weiß, dass ich jetzt die Stamina, auf jeden Fall das was jetzt gerade zahlt hat, habe ich gelevert und ich will das andere auch die gerade zahlt bringen, und Urans, ich habe gerade verlegt, dass ich nicht gestorben bin, das ist bei meinem Vorwurf beim Farmen. Peinlich, egal. Jetzt wollen wir uns noch das eine Item. Das ist die Überdrüberwaffe, die nichts kostet, mehr oder weniger. Und jetzt? If you keep trying, you can proceed. Ich glaube, hier... Nope! Oder doch, doch! Nice! Okay, ich wollte zwar nicht hier helfen, aber... Ich glaube, jetzt habe ich alle, oder? Alles da drüben habe ich. Okay. Okay. Kurz was schauen müssen. Ich glaube, ich lasse es jetzt sein für heute. Ich bedanke mich für jeden, der zugeschaut hat. Danke, YouTube. Hat heute halt nicht zu lange gedauert. Ich habe eingelegt, bisschen gefahren, bisschen reingeschnuppert. Ist ja was. Ich höre. Danke, Storsan, und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.